Eigentlich nicht wirklich was, oder? Okay, das brauchte man. Konnte man sich hier toll ranhängen und die Kiste weggegangen. Ich muss mal einen Weg hin, aber da wollen wir gerade nicht hin, sondern erstmal wollte ich hier hin. Ich glaube, aber die Muscheln hatte ich alle. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin irgendwie schon der Meinung, dass ich die Muscheln hatte. Habe ich nicht auch einen Leuchtefritzen? Ich habe doch immer einen Leuchtefritzen. Nein, ich habe keinen Leuchtefritzen. Wie gesagt, ich glaube, die hatte ich alle. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann nehmen wir mal das Feuer mit. Was hat mir das gebracht? Vielleicht sind die dadurch aus dem Weg und ich kann da lang. Ja, aber das hier war das Ende. Was? Nein! Ach, scheiße. Okay, warte. Speichern und verlassen. Ja, ja, wir haben den wahren Piraten. Das ist wundervoll. Und wir haben den Fisch und... Welche Truhe war das denn gerade? Ich habe doch keine Truhe gefunden. Komisch. Egal. Ist auch nicht wichtig. Ich mache es nochmal. Ich weiß jetzt, wo ich nicht mehr hin muss. So, ein Mist. Aber okay. Okay. Ich weiß nicht, wieso ich immer die nehme. Ah, ich nehme die halt immer. Weil... Die wird bestimmt auch so auftauchen, aber ist mir egal. Okay, da drüben müssen wir nicht mehr hin. Hier. Das Ding nehmen wir mit. 床 streiten. So. Himm. Himm. Himm! 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 Nee, kommen wir auch nur hier hin. Okay. Ich gehe erst mal weiter. Ich brauche Feuer. Schauen wir mal unten. Unten ist auch Feuer. Was haben wir denn hier bekommen? Achso, hier hatten wir das zweite Messer her. Viel mehr war hier auch nicht, irgendwie. Ah, doch, da geht's runter. Okay. Okay. Ah, wieso der Höchsturm ist, weiß ich auch nicht. Ah, okay. So, damit wäre das. Und dann können wir hier runter. Ach, da waren die Gefangenen! Oh, wie komme ich denn da unten hin? Ah! Ich verstehe, ich verstehe. So, kommen wir hier unten hin. Gucken, ob hier vielleicht noch irgendwo was ist. Man kann ja nie wissen. Aber nein, scheint nicht so. Ich weiß eben nicht, ob ich davon alle hatte. Schwierig. So, mehr ist hier hinten erstmal nicht. Ich muss mal das anmachen. Ey, kommst du jetzt hier auch nicht mehr raus? Ist mir egal. Doch, die kann nämlich... Ah, die kann nämlich hoch hüpfen. Diese Mädchen. Nicht vergessen. Ja, ja, ich bin kein Hund. Ist okay. So, damit habe ich auch diese Flasche. Und dann brauche ich einmal Jack. Hier ist also irgendwo noch eine Krabbe. Ey, verarschst du mich gerade, dass du jetzt da... ...nicht raufkommst? Ich glaube, ja, verarschst mich. Jetzt da in Ernst? Wieso greifen die mich denn an? Ich glaube, ich muss eh hoch. Aber die greifen mich doch hier genauso an. Oh, das nervt mich ja jetzt schon. Und was bringt das mehr auf der zu halten? Das weiß ich noch nicht. Drei von vier. Wo die vierte Tonne war, weiß ich aber nicht. Hier war sie nicht. Ach, sei still, Junge. Hier hinten war sie doch auch nicht. Hier war sie auch nirgends. Vielleicht ganz oben? Ich meine, ich muss hier eh noch die Kanonen bedienen. Aber ich bin besser am Zielen geworden, findet ihr nicht? Sagt sie und schießt sie nicht. Okay. Ich schieße jetzt aber nicht hier. Alles treibt gut ab, was da ist. Was ist denn mit den Fähnchen? Ich dachte, die gäbe vielleicht auch irgendwas, aber nein. Okay, dann habe ich das doch schon. Dann war das nichts anderes, wo das mehr waren. Oder auch nicht, weil ich habe gerade eine Flasche kassiert. Hier ist die letzte Tonne. Aber die hatte ich auch schon. Ja, dann weiß ich es nicht. Dann machen wir jetzt super stark und gut ist. Boah, ich hasse es, wenn dann immer die Flamme verschwindet. Ich verstehe auch nicht, warum das so ist. Bei aller Liebe nicht. So, und irgendwas muss mir doch Krabbi hier bringen. Krabbi, was bringst du mir? Ist es nur, dass ich dich gefunden habe? Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Aber naja, vielleicht ja doch. Wow! Ah, ich vergaß der Dreck. Was ist das? Was ist das? Nein! Huh? Riese Wollst du fest? Na Spring hoch Hoch Ich muss auch mal gucken Mit Jack Da lang, okay Das andere Da Auch da lang, okay Wow, okay Die ist ja gemein Die ist ja fies Und die ist auch nur als Mädchen zu erlangen Oh, ist das gemein So Jack, dann such doch mal bitte das da Ah, da müssen wir da hoch Okay Ja Guck einer, schau Guck einer, schau Hätte ich ja nicht mitgerechnet Weil ich beim letzten Mal aber auch glaube ich einfach nur es offensichtlich gemacht habe und mich dann geärgert habe Aha Flasche Nummer 9 Aber 9 ist halt nicht 10, ne Ich hätte ja gerne gesehen Ich hätte ja gerne gesehen Oh Jack Ich müsste alles haben Außer der blöden letzten Flasche Die da ist Die da ist Ja Na super Okay Speicheln und verlassen Nicht, dass ihr denkt Ich hätte aus meinen früheren Fehlern nicht gelernt Es ist nicht so Dass ich krank bin Und deswegen huste Sondern ich habe irgendwie nur einen trockenen Hals Ich huste deswegen ein bisschen Ja So, damit ist auch dieses hier komplett Es läuft doch Mensch, es läuft doch So, Kompass und Minikit Ist das komplett? Na komm Alle guten Dinge sind drei Ist natürlich geil Wenn ich jetzt noch eins komplett mache Das wäre schon echt cool Hm, mehr scheint hier nicht zu sein, okay Und dann schauen wir mal Was wir hier tolles Finden Hm? Hm 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 Ist das so, wie ich denke, dass es ist? Ja, ich wusste, dass da was kommt. Ich wusste es einfach. Sehr geil. So, eine Flasche mehr. Dann gehe ich erst mal nach rechts. Beim letzten Mal bin ich, glaube ich, zuerst nach links gegangen. Erst runter. Ach so, du kannst doch... Warte, warte. Was ist los? Aha. Ach du Scheiße, sowas kann ich doch gar nicht. Ich bin jetzt so hoch. Ich glaube, da komme ich von dem hier gar nicht ran. Hm, da muss ich das hier nehmen. Yay! Eine Flasche mehr. Okay. So. Schauen wir mal hier. Ach so, das war dieses Spiel mit dem Rollen. Was ich eigentlich sehr cool finde. Kannste nix sagen. Ich finde das Spiel sehr geil gemacht. Auch mit diesem Farben wechseln und in welche Richtung es sich dreht. einfach super geil. Oh. So. Oh. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sag mal, wo kommst du denn jetzt schon wieder nicht vorbei? Anna... Vergiss es mir. Aha! Wenn ich noch kurz warte, fliegt es von alleine. Na, mach schon! Cool!